Heute gibt es Klaviere zu gewinnen und zwar jede Menge virtuelle Klaviere. Zusammen mit iKey Multimedia verschenke ich heute nämlich nicht eins, nicht zwei, sondern fünf hochwertige Klaviere der Software Pianoverse im Wert von 400 Euro. Mit Pianoverse kannst du von klassischen Konzerten über Soundtracks für Kinofilme bis hin zu Live-Jazz-Auftritten spielen. Gesampelt wurden Klaviere von Yamaha, Bösendorfer Steinway und Fazioli. Und für noch mehr Glanz kannst du den Sound noch einstellen und mit zwölf Effekten verschönern. Da wird das Weihnachtsfest so richtig festlich. Wenn du das iKey Multimedia Pianoverse gewinnen möchtest, dann geh jetzt auf delamar.de und gib das Lösungswort Klaviermodelle ein.